Hallo und herzlich willkommen zurück zu Observer. Ich habe jetzt mal die Maus gewechselt und wir sind nicht mehr festgepackt zum Glück. Wir merken uns hier diesen Weg nicht mehr lang gehen, weil es irgendwie das Spiel nicht so geil findet. Drehen wir mal ein bisschen weiter. Ja, warte, warte, warte mal. Wir versuchen mal zurück zu gehen in der Frequenz. Okay, meine Maus sagt, wir gehen weiter. Oh, what? Oh, what? Big words. Some would say it's all about improving the patient's quality of life. Some need to think bigger than that. Our true goal should be to improve all of mankind. Each subject a step towards that goal. By subject, do you mean patient? What else would I mean? Or were you being clever about my alleged lack of empathy? What the fuck is this? Ah, ich kann wieder scannen. Das ist ja schön. Kann ich abscannen? Okay, der hat Menschen, dieser Doktor, der anscheinend lebt, hat Menschen zu seinen Versuchspersonen gemacht? Oder? Ich muss jetzt mal die Maus wechseln. Das ist so nervig. What the fuck? Ich habe keine Ahnung, was wir gerade gemacht haben. Ich habe keine Ahnung von der Story mehr. Na gut, drehen wir zurück. Ah, okay. Einfach meine Maus nach links oder rechts ziehen. Oh. Haben die mich angegriffen, die Teile? Oh. Ah, Alter. What the fuck? What the fuck? Das ist wirklich schon leer, ist so viel Shit hier. Oh nein. Oh nein. Oh. Danke. Oh, okay. Ich merke schon, nicht so nah an Sachen rangehen. Das mag das Spiel nicht. Wenn wir uns dann festbacken könnten. Na. Hat die Maschine das, den Menschen da übernommen, oder? Oh. Das ist seltener Novak, oder? Oh. 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 Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ach du Scheiße, die nehmen die Menschen auseinander. What the fuck? What the fuck, was bist du? Kann ich das hier reinwerfen? Nee. Der hat künstliche Menschen mit Maschinen gemischt. Das ist ein Schmutz. Tissue Inflammation. Es ist Rejecting die Implante. Okay What the fuck Der hat ein Monster erschaffen Ach du Scheiße Hat sein Kopf nicht richtig angezeigt Aber what the fuck ist das Okay verpissen wir uns Was zum Fick geht's hier ab? Das ist dieser Edenbaum mit dem Apfel What the fuck Hä wir waren doch in gar keinem Kopf drin What the hell Wieso kriegen wir jetzt die Animation Wir haben gesehen was die Leute abgeschlachtet hat Irgendein Monster Ah Ah Daniel Alles gut What the fuck just happened How did you get here Matriarch Give me the duration of the last sequence You are connected for 16 minutes and 43 seconds real time 60 minutes Am I losing Vielleicht Bereits gescannt Okay das mach grad nicht ich Das macht er Warning Abnormal genetische Struktur Detekted This blood doesn't match the victim Calibrated trace Calibrating now Calibration complete Trace established Spur aufgenommen Bingo Ist das das von unserem Das von unserem Monster Jack Karnes Das ist der Tattoo Typ Beruf nicht zutreffend Ja Professionelle Nachlässigkeit Strafregister Verstorben Start ist verstorben Vor 28 Minuten Ja das würden wir brauchen Alter Wir sind sowas von im Arsch Eigentlich müsste ich mir schon Ja ich werfe mir die nächsten Pillen Nein das ist doch nicht gut Das haben wir alles schon geöffnet Oder was Nanophage und I Du wirst zersetzt Von der Krankheit Wait some Fick Haben wir PC Wiedereinsetzung Jack Ich habe dich immer als guten Freund und Mentor betrachtet Auch wenn deine Lehrmethoden manchmal etwas herb sind Bin ich durch sie zum Was Zum besseren Chirurgen geworden Ich möchte dir nun den gleichen Gefallen erweisen Und ganz ehrlich sein Du erhältst auf gar keinen Fall deine Lizenz zurück Die Anschuldigungen des Rats sind einfach zu schwerwiegend Ich habe meinen ganzen Einfluss geltend gemacht Und den Gesuch eingereicht Aber sie geben einfach nicht nach Selbst nach dieser Zeit bist du immer noch ein Aussätziger und die Familie des Patienten hilft auch nicht Meine Güte Jack was hast du dir nur dabei gedacht einen ungetesteten Prototyp in einen Patienten der Klasse A einzusetzen Und wozu selbst wenn es funktioniert hätte Wäre dir Missbruch vorgeworfen worden Was auch immer deine Gründe waren Ich befürchte du wirst mit den Konsequenzen leben müssen Freundlich grüßen Herbert Das hast du alles verdient Ich weiß nicht ob diese Nachricht sie erreicht Aber ich hoffe es ja Es hat etwas gedauert ihre aktuelle Adresse herauszufinden Wir kennen uns nicht persönlich Aber ihre Taten haben mein Leben verändert Genauer gesagt sie haben es in einen Älteren verwandelt Ich möchte Also möchte ich diese Gelegenheit nutzen Ihnen meine Wertschätzung auszudrücken Vor knapp zwei Jahren Hatte die einzige Frau die ich je gelebt habe Die zweifelhafte Frage Ne die zweifelhafte Ehre Sich in ihrer Pflege zu befinden Und auch wenn sie nicht genesen ist Und nicht genesen wird So hat ihr derzeitiger Arzt Ein echter Arzt Ein Weg gefunden Ihr das Leben halbwegs erträglich zu machen Dazu hat er eine Magensonde gelegt Wo sich ihr Hals befand Sie hatte eine wunderschöne Stimme Falls sie das überhaupt interessiert Ich habe gelernt Dass Soziopathen sich nicht um das Elend anderer scheren Auch wenn sie es verursacht haben Ich habe noch niemandem etwas Böses gewünscht Aber wenn ich die leere Verkrüppelte Hülle dessen sehe Was einst meine Frau war Kommen mir Gedanken und Gefühle Die ich nie für möglich gehalten habe Ich möchte dieser Nachricht ein Foto anhängen Ich möchte, dass sie es sich lange und genau ansehen Und wissen, was sie getan haben Ich möchte, dass sie für den Rest ihres Lebens verfolgt Ich möchte sie daran erinnern Dass sie ein Metzger sind Ein Quackser Aber ein herzloser Lehrer Nichtsnutz Ich weiß nicht, in welchem Höhenloch Sie sich verkrochen haben Aber ich hoffe, sie verrecken darin Und rotten danach Was? Und rotten danach in der Hölle Oh ja Der hat die Sowas von verunstaltet Ach du Scheiße Da ist es wieder Hey Ich bin sicher Man sieht es unter der Haut Das Ding juckt Wie Hölle Und es wird schmuddelig Wenn ich es einfasse Du musst so tun Was zu tun Was? Du musst was tun Sonst kann ich nicht zur Arbeit gehen HN Helena Nowak Pertion Ich mache mir Sorgen um den Kurier Sie kommt mit dem Stress nicht gut klar Sie ist irrational Und neigt zur Hysterie Ich kann mich auf meine unfähbare Software Und deine Hardware verlassen Aber wie menschlich Aber die menschliche Komponente ist Wie immer das schwächste Glied Ich frage mich Was das Kanter ist Einen dritten hinzuzuziehen Oder so weiterzumachen wie bisher Ah Wer ist Dank für das Gemälde Ich hänge es gleich auf Ich habe auch schon den perfekten Platz Okay Wie Das hat mit Jack Dem Typen unten zu tun Ne Das ist hier Halt seine Wohnung Ne Ja 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 Er sich nebenbei Als Törtowierer Und dann noch so Als Ähm Ja so für Operationen Sag ich jetzt mal Was dazu verdient Der hat es vielleicht nicht anders verdient Was da passiert ist Okay warte Fuck Fallprotokoll aktualisiert Alles klar Der Mordel wurde im Kampf verletzt Der hinterlässt eine Spur Wenn ich erfolge Kann ich den Bastard Vielleicht endlich schnappen Oh ja Das sind auch die Kratzspuren Hä Wo soll ich denn dann Ach hier ist Boah Ich dachte Okay Dass ich das nicht gesehen habe Das Loch in der Mauer Das offensichtliche Ähm Hier What the fuck Wo bin ich Das Ding ist hier durchgerannt Wie What the fuck What the fuck This is essentially Lockdown procedure What the fuck Okay wir drehen durch Kann ich hier noch was machen Ne wir drehen halt einfach durch Ne Das war halt eigentlich Unter dem Tattoo Studio Dieser Raum Okay wir haben es hier Wahrscheinlich Wirklich mit einem Monster Zu tun Oder irgendwas Krass abgefuckt Übermenschlichen 666 Ja willkommen in der Hölle Alter Mich juckt das nicht Ich hab einen Nachtblick Oh what Oh what Oh what Komm schon Der Oh Das Geruch von Leichen Oder was Oh komm Komm Daniel Du schaffst das Oh what the hell Ja jetzt geht's ab Oh shit Oh shit Aber jetzt seh ich auch das Blut Das leuchtet so Neonfarben Ja geil Alter Silent Hill Noch abgefuckter Das sind 84 Das sind 84 Das dürfen wir Nicht vergessen Da geht's wahrscheinlich weiter Zwei Wege Ja Mucke Muckegespür Nicht Ach so Hä Hack Find static number Sind wir drin Sind wir drin Wir haben zu lang gebraucht Ist ich 2077 Ach willst du mich verarschen Nein Ja Gep 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 Okay Ich bin gewillt, dass wir das durchziehen, ne? Also, machen wir von der 60 an. 61. 62. 63. Scheiße, 64. 65. 66. 67. 68. 69. 20, 69. Fick dich ins Knie, ich hab's. Mit der Latte hab ich jetzt irgendwas verpasst hab. Wir haben es nur durchs Raten geschafft. Holy shit. Das ist eine Person in einem Krankenbett. Wo zum Fick sind wir? Was ist das hier? Wir können natürlich auch wieder raus in die Traumsequenz, aber... Das Monster ist hier auf jeden Fall. Was? Wer des Observen... Ah, neffekte bei dem Observer. Okay, das haben wir schon mal gelesen. Nichts, was beobachtet wird, wird nicht auch vom Observer beeinflusst. KPD. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Wir haben nur eine Antwort. Die, die von vielen Formen sind. Wir sprechen nicht von seinem Namen. Die Symbolen auf der Tür. Was sind sie für? Protection. Sie haben ihn zu behalten, aber inzwischen er wird erster. Ich kann sagen, dass er für mich kommt. Es ist nur ein Zeitpunkt. Nun, es gibt niemanden hier, sondern du und ich. Er ist immer draußen, aufzuhalten, aufzuhalten. Ich werde ihn nicht verletzen, wenn du mit mir arbeiten kannst. Ich kann nicht. Entschuldigung. Wie? Er kommt. Oh. Oh nein, nicht das viel. Das ist das eine aus der Sequenz. Ja, meine Ansicht sagt mir aber, wo ich wirklich bin. Oh. Oh nein. Ja, meine Ansicht bringt mir nichts. Oh nein. Oh nein. Oh nein, mein Achtsicht bringt mir nichts. Okay, 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 okay. Wir kommen hier raus. Kann ich hier was machen? Da ist was. Da in die Richtung? Ich kann auch einfach durch. What the hell? Wo? Wo ist was? Ich weiß nicht, wo wir da hinten sind. Bingo. Nice. Gutes Rätsel hat mir gefallen. Oh, okay. Immer noch. Was ist hier durchge... Okay, wir verlieren legit den Verstand. Was ist das? Da geht's wahrscheinlich weiter. Wir sehen uns aber um. Ja, lol, okay, das war ja gar nicht so schwer. Sieht mir allerdings auch aus wie ein Gebiet, wo wir gleich wieder verfolgt werden. Hä? Aber das ist ein Bonus. Da geht's lang. Aber ich werde da lang gehen, will ich erstmal hier checken. Hä? Wir konnten einfach durch. Aber wer hat gesagt, need to get out. Das klang so ein bisschen nach dem Typen, der die Wohnungen vermietet. Ich bin genau auf deiner Seite. Nach oben. Okay. Oh, da wo wir sonst nicht durchkamen. Ganz oben. Ich hab ja das Haus nochmal erkundet. Weil ich ja mal sehen wollte. Weil ich ja mal sehen wollte, ob wir noch Nebenquests haben. Scheiße. Das Ding lebt hier im Haus. Und die oberste Etage war immer abgeschlossen. Da konnten wir nix machen. Okay, ich würde sagen, noch so zwei, drei Minuten und dann sind wir auch fertig. Schätze ich. What the fuck? Ansonsten teile ich das Video in zwei Parts. Okay, los geht's. Hier müssen wir wirklich mal ein bisschen kriechen, ne? Ah, okay. Hatte ich schon oft den Jumpscare. Nicht mehr schlimm. Nicht mehr schlimm. Passt schon. Komm schon. Mach auf die Scheiße. Gut, dass man es nicht... Oh, 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 oh. In einem Rück machen muss. What the fuck? Okay, was auch immer uns angegriffen hat. Okay, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.